Mein Diplom an der Erfahre liegt bereits 16 Jahre zurück. Ich wollte mich auf den aktuellen Stand bringen und das Wissen über neue Technologien vertiefen. Es ist die Möglichkeit, neben dem Beruf sich fortzubilden und der Maße eröffnen wir neue Perspektiven. Ich bin Familienvater und berufstätig. Das Online-Studium erlaubt mir zeitlich flexibles Studieren, ohne auf benötigte Einkünfte verzichten zu müssen. Ich habe das viersemesterige Studium in sechs Semestern absolviert. Als der Fernseher kaputt ging. Da hatten wir mehr Zeit fürs Studium. Unser Fernseher ist immer noch kaputt und überflüssig. Wir brauchen ihn nicht mehr. Ja, nebenberuflich auf jeden Fall. Ich habe nur positive Erfahrungen mit dieser Form des Studiums gemacht. Im Moment hat sich noch nicht viel verändert. Allerdings laufen bereits Gespräche in der Firma. Das Ziel ist, noch mehr Verantwortung im Bereich Führung von Mitarbeitern zu nehmen. oder doch noch zu promovieren und spätestens mit 50 den Dr. Film zu kommen.